Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play DMC, Devil May Cry. Wir sind immer noch hier in der tollen, tollen Disco und probieren uns in ein paar disziplinarischen Kämpfen, what the fuck, in ein paar Runden für Lilith zu beweisen, damit wir einen, ja wie sagt man, Privatfight mit ihr haben, so irgendwie so. Ich weiß nicht, ob der Satz Sinn gemacht hat, ist ja jetzt aber auch egal. Auf alle Fälle bestehen diese Kämpfe, diese Runden meist, diese Aufgaben meist darin, entweder so einen klassischen Spießrutenlauf zu machen oder zu kämpfen und bestimmte Wachstumme einzusetzen. Also wir haben da diese, zum Beispiel diese roten Felder und wenn wir auf diese roten Felder treten und nicht gerade die Taste gedrückt halten für die Dämonenwaffen, kriegen wir einen Schock. Andersrum verhält es sich auch mit den Engelswaffen und da muss man halt ein bisschen aufpassen, ansonsten ist es eigentlich im Großen und Ganzen einfach wie immer eine Riesen-Klopperei, auf die wir doch alle stehen mit wundervollen Disco-Sound-Effekten. Yeah, in your face! Und da, wow, das war gerade geil, weil ich ohne, das war Glück, dass jetzt die Teufelswaffe ausgerüstet hatte. Und, yeah, da, wow, okay, ich glaube, da habe ich gerade ein bisschen Schaden. Das war ein geiler Finisher. Hatte richtig schön Wumms hinter. Hört auf zu buhen, man, ich haue euch auf die Fresse. In your face! Ja, ist ja klar, ich meine, nicht jeder hat die Möglichkeit, Teufels- und Engelswaffen zu benutzen, ne? Bam, bam. Dich habe ich, gibt es hier noch andere? Ist das jetzt eigentlich, kam ich daher, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, gut. Spinnen, 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 Spinnen! Moment, ich komme nicht ran. Jetzt, 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 jetzt. Oh, komm schon. Bam, 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 bam. Gut, wie ging eigentlich nochmal dieser... Der ging so hier, ne? Ne, so, genau. Jetzt wird es erst einmal richtig interessant. Sollen wir die Lichter ausmachen? Gut, das ist ja jetzt nicht so schwer. Also die, ähm, Gruppensäuberung. Revenants Feuerwerkangriff ist besonders gut, wenn du von schwachen Gegnern umgeben bist. Drücke... X plus 4, um einen Feuerwerkangriff auszufinden. Musst du im Verbesserungsshop? Ich weiß gar nicht, habe ich den ausgewählt? Wie setze ich denn den ein? Ähm... Nee, den, den habe ich ja noch nicht mal. Okay, warte, warte, warte. Jetzt hast du mich abgelenkt, spiel, ich wollte nämlich den hier machen. Nein, falsche Tasten, falsche Tasten, falsche Tasten, falsche Tasten, den hier. Der, 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 der rundumschlag vor dem Wörterumschlag. Komm由aya, 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 komm由aya. Ihr seid frischv Sacramento für mich, ihr seid keine Herausforderung. Bäm. Ha, ha, ha. Andersrum wäre es natürlich auch sehr interessant. Hä? Na gut. Push the button. Oh man, diese Grafik, diese Umgebung ist einfach nur perfekt für mich. Also ich bin ja nicht so der Party, also nichts ging Party, aber ich war jetzt noch nie so in so einem richtigen Club oder so, aber in Spielen einfach, wow, und dann auch in einem Hack'n'Slay, das ist, das ist, das ist perfekt. Klopperei in der Disco, was will man mehr? Ohne Scheiß. Oh hi. Warte mal, du bist ein Eis, du bist Eis, du bist Eis, du bist all der, siehst du? Bam, 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 bam da hallo kennen wer der 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 den der 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 ha ha dann wird er und er wird er und dann wird er die nächste Räuern alles weiter ich meine ohne das war ja nur so okay sorry weiter film Was ist das? Was ist das? Oh nein, das ist ein Lavaginger, ne? Oh, 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 shit, da hat er mich getroffen. Äh, was mach ich denn mit dir? Es bringt ja nichts, wenn ich den hier mach, ne? Der breit ja ab, natürlich. Bam. Ich kann mich da mal nicht konzentrieren. Soll ich erstmal die Lavagestalt da penetrieren? Oder erstmal die hier? Naja, gut. Das sollte man dann ganz spontan entscheiden, glaube ich. So wie jetzt. Bam, bam, bam. So. Nun zu dir, meine feurige Feurigkeit. Du kriegst jetzt auf die Fresse. Was soll der Scheiß? Willst du mich verarschen, oder was? Bam. Und how they can. Bam, bam, bam. Und dann kriegst du noch ein paar von denen. Und das war's auch mit dir. Wir sehen diese, diese Feuer, beziehungsweise Eis. Oh, langsam begreife ich, warum unser so von dir fassen, den hier bist. Oh nein, warte, ist er nicht. Er will mich nur tot sehen. Es wäre mir eine Freude, diesen Gefallen zu tun. Ähm. Da machen jetzt auch diese Eis, beziehungsweise diese Feuerkämpfe ein bisschen mehr Spaß, weil wir halt jetzt von jeder Sorte zwei hast und so weiter. Das macht's dann kombutastisch noch ein bisschen besser. Aber ich mag sie trotzdem nicht. Aber was ich am meisten hasse, sind diese fetten Gegner. Ohne Scheiß. Hui. Hui. Yay. Oh nee, jetzt geht's wieder los hier. Round five, oder? Oder sechs? Nein, der Ninja. Fight. 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 Da ist er wieder. Du Arsch. Wie gings du denn nochmal? Ich sollte vielleicht mal die... Bam. Shit. Warte, du hattest doch auch irgendwas Tolles an dir, ne? Und zwar... konntest du eigentlich diesen hier... Äh, nein, den hier abwehren. Mäm, 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 mäm. Ja, konnte er, okay. Dann, dann, dann. Nein, 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 nein. Das, das, genau, das war doch die Stelle, wo ich dich packen muss. Die Mucke, ey, ne? Bäm, bäm, genau, und jetzt hab ich dich Bäm, 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 bäm Au, what this shit, mitten in einer Kombo, hast du nehmt mir alle Halt da, Schwede Du bist mies, ohne Scheiß Come to daddy Was? Hatta, ich war noch nicht mit dir fertig So, komm mal her Was zur Hölle? Was ist dein Problem? Bäm, 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 bäm Bäm, bäm Bäm Ha Bäm, bäm Pah Okay, warte, 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 warte Warte, 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 ble, 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 blea Nein, 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 nein Okay, jetzt mach doch wieder den Und dann machst du wieder den Und den und den und den und den und den und den What this shit? Alter, wieso denn? ich ziehe, so kann ich ihnen ja kaum was abziehen, Leute. Das müsste mir schon ein bisschen mehr Zeit hier geben, ne? So, 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 oh, das solltest du dir abgewöhnen. Du kannst natürlich einfach mal eine Komma abbrechen. Sag mal, für wen hältst du dich, Alter? Alter, sch- Ja, verpiss dich mal. Es ist wirklich immer dasselbe. Zählt das jetzt eigentlich als, naja, okay, er ist geflohen, also habe ich die Runde automatisch natürlich gewonnen. Ui. Krasse Scheiße. Joa, ein Mann frei. Also hier würde ich gerne wohnen, definitiv. Ich melde mich hier als Praktikant an. Im Limbus natürlich, in der Limbus-Version. Den, 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 so, was will ich ja eigentlich, ich kann ja eh nix Großes, so, irgendwie, kaufe ich immer einen Stern. Wieso denn nicht, ne? Den, 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 den. Ähm, so, wo muss ich jetzt hin? Hier schätze ich mal. Und dann dorthin. Spinnen, 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 Spinnen die 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 du hast keine Hobbys definitiv ich habe natürlich wieder mal ich habe natürlich wieder was es hier nicht hat sie als gewonnen war schon sieben waren das schon sieben ernsthaft jetzt nein wir hatten doch erst fünf und diesen labbrigen dämonen in ordnung das jetzt sieben Wollte schon sagen ne verarsch mich doch nicht Geisterwüter ist das jetzt so ne ohne Gestalt auch nö und dann kann ich gehen wir noch nicht mal Schaden zu fügen hier oder was nein das war falsche Tasse wieso will ich diese Engelswaffe eigentlich immer mit R2 ein schrecklich so kann sie nicht jagen kann sie nicht jagen zack 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 bam 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 die Rechte aus als wenn ich die damit ein Wollte wir haben er da der der ja man meine man kann es aufgrund der umgebung die mich wirklich einschätzen das ist wirklich nur engels Prozent wenn jetzt der Monat oder nicht Die könnte jeder irgendwie das und das andere sein Du siehst mir ein bisschen feurig Feurig aus? Ja, 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 warte mal Wir können das mal testen Ja, tatsächlich, okay Das heißt, wir grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Ach, scheiße Und dann trifft man sie noch nicht mal Da macht man hier so ein großes Theater aus seiner Attacke So einen großen Theater Und dann trifft man her, so Ja, das war's auch schon Das, easy Cause I'm hurt Oh nein, 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 warte mal Nein, 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 nein Wie sieht's denn damit aus? Dann würde ich erst mal dich bearbeiten Wo ist jetzt der andere? Wenn ihr so nah aufeinander hockt, kann ich euch nicht wirklich so auseinanderhalten Also, ich meine, ah, ich nehme mal den hier und dann kümmere ich mich um dich und dann kriegst du noch, wow, weee, nö. Ah, oh, oh, verdammt, ich bin überfordert. Ah, eigentlich nicht, ich komme nämlich irgendwie so, warte mal, wieso pennst du jetzt? Habe ich es dir erlaubt, so, jetzt kriegst du auf die Fresse, bam, am besten hoch, irgendwie hoch mit dir, hoch mit dir, genau. Und jetzt kannst du wieder und du und du und dann kriegst du wieder, äh, sein ständiges Hin und Her hier. Und dann bist du tot, 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 what the shit? Jetzt räumen die sich auch noch hier, also keine Hobbys. Nein, was, so, äh, so, was ist natürlich wieder am besten hier, weißt du, kurz vor Sieg, kurz vor Sieg. Sieg. Und dann hab ich diese ganzen verfickten Sterne umsonst eingesetzt. Moment, mich würde mal interessieren. Nicht dein Ernst. Hab ich die Sterne noch? Ja. Also das ist schon mal was, was Ninja Theory auf jeden Fall schon mal ganz groß ähm ähm, 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 jetzt fällt mir das Wort nicht. Ich lobe sie dafür, denn in den vorjährigen Teilen in der alten Serie war es immer so, wenn du die Sterne eingesetzt hast und dann gestorben bist, dann bist du zwar, hast du zwar diesen Kampf nochmal von vorne angefangen, aber du hattest die Sterne nicht und das haben sie jetzt meiner Meinung nach. Das ist auf jeden Fall, das ist, das ist nett. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nett. Äh, Bäm, Bäm. So, und dann kriegst du die Engelsense und D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D und meine Attacken dann blockieren, weil der eine gegen das andere immun ist, dann ist das schon ziemlich nervig, was das jetzt? Alter. Bam, bam, so, bam, so, bam, so, bam, so, bam. Savage in your face! Bam, bam, bam. So, alles klar. Wann sieht sie ein bisschen erschöpft aus, kann das sein? Ähm, friss doch, nein. So, du kriegst jetzt den ab. Und dann schnell gegen den anderen kämpfen, gegen den anderen, anderen. Was los hier? Lass dich mal hochjuggeln, genau so. Und dann kriegst du... Zack. Genau, genau. Krieg mal... Okay, warte, machen wir das anders. Machen wir das so und dann so. Nein, da habe ich ja wieder die fahrte Waffe drin gehabt. Zack. Und... Alter! Geh mir nicht auf den Keks. Bam! Und jetzt bist du wieder an der Reihe hier. Nein, 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 nein. Nein, zack. Und zack. Halt. Mann! Geh fast! Ja, danke. So. Halt die Klappe. Zack. Was? What the fuck? Okay. Herzlich willkommen. Hier sehen wir wieder ein völlig gequältes Rawon und eine Stelle, die niemals enden will. Und eine verdammte Schlampe, die hier redet und redet, aber irgendwie nicht selber angreift. Ich muss irgendwie so wegdrücken, genau. Alter, das wird ja wieder ein Ranking, von dem man nur träumen kann. Wieso das? Bis jetzt weggerollt, verdammt. Und wie? Ich gerade das Gefühl, dass mein Controller nicht mehr so auf euch kommt, mach ihn einfach alle. Ich hab's jetzt lang genug gesehen. Ja, ja, verrecke, 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 verrecke. Bam, bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Dankeschön. So, du bist ja ein bisschen einfacher, hab ich so das Gefühl. Vielleicht hauen die Teufelswahl einfach ein bisschen mehr rein. Erstmal kriegst du den und den und den, 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 den und den und den und den und... Ach, shit. Musste das jetzt wieder sein, Kumpel. Ich hab's dir nicht erlaubt. Bitch. Bam, 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 bam. So. Sag ich ja, viel, viel einfacher. Das heißt, ich werde jetzt mal probieren in der ersten... In, in erster Linie diesen, diesen verkackten Dämonenköter, was auch immer, zu penetrieren. So. Und uppercut. Nein, 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 nein und nein und nein, hab ich gesagt. So. Zack. Und bam, sie dam, sie dam, sie dams und... Savage. In your face. Geht doch, mein Herr. Okay. Damit kann ich doch leben. Und ich hab noch nicht mal einen Stern einsetzen müssen. So. Was zur Hölle? So solltest du doch jetzt eigentlich betäubt sein. Gottverdammter. In your face. Bam, bam, bam. Bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam. Komm. Nein, 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 nein. Was zur Hölle? Das ist doch nicht... Das kann nicht dein Ernst sein, Alter. Du musst dich auch schon mal angreifen lassen und dann irgendwie deine Kombo unterbrechen. Das ist... Das ist nicht mehr lustig. Bam, bam. Bam, bam, bam. Sag mal, sind die Engelswaffen einfach von Natur aus... schwächer oder halten die einfach nur mehr aus? Das nervt. Du bist dran, Schätzchen. Stimmt, sie ist ja dann Runde 7, ne? Oh, eine ganze extra Mission dafür. Verstehe ich ja, das ist richtig. Na gut. Ab. Mission abgeschlossen. Ranking S, blablabla, 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 blablabla. Naja, aber nicht so gerade das Beste, ne? So. Schauen wir mal. Ich meine, es ist jetzt auch kein Update rausgekommen, dass da irgendwie... Weswegen das jetzt irgendwie mich nicht mehr ins Menü schleifen sollte. Was ist das jetzt hier? Achso, drei Minuten habe ich ja. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, das war's heute mit Let's Play DMC, Devil May Cry. Wir schauen in der nächsten Folge mal, ob wir Lilith und ihre kleine Missgeburt penetrieren können. Bis zum nächsten Mal. See ya.